Wie viele leben noch? Lula, ich glaube, wir sind die einzigen noch leben! Äh, ich bin am letzten Moment noch in Flammen aufgegangen, lebe ich noch? Äh, keine Ahnung, haben wir gewonnen? Ja, haben wir. Nein, wir haben anscheinend doch nicht gewonnen, weil ich, äh, obwohl das Spiel schon vorbei war, noch verbrannt bin. Danke, dass du gekommen bist, jemand hat alle unsere Weihnachtspresen verloren. Ich brauche deine Hilfe! Folle mich, lass uns finden, wer hinter dir ist. Okay. Hallo zu einem kleinen, äh, Weihnachtsspecial an Heilig Dreck König. Ähm, ja, ich lebe noch. Und wir spielen so richtig schön, äh, wir retten Weihnachten heute mal. Und ich will das Geschenk hier haben! Ja, ich habe ein Geschenk gesammelt. Und wir sind nicht alleine, wir haben eine ganz gute Hilfe beim Weihnachten retten. Und zwar Luna. Nein. Bei mir leckt es so. Bei mir leckt gerade nix, lustigerweise. Oh doch, jetzt war gerade ein kleiner. Lol, das hat schon gereicht. Was? Als ob. Mhm. Äh, ja gut, dann versuche ich mich wieder aufzunehmen. Auf der rechten Seite, ne? Mhm. Super. Ja, gut, was gibt's dazu zu sagen? Keine Ahnung. Fröhliche Weihnachten. Wir haben Heilig Dreck König. Oh nein. Ich hab' ein bisschen spät. Oh nein. Ich hab' ein bisschen spät. Ja, gut, das Neues stimmt. Könnte ich auch nur wünschen. Habe ich eigentlich irgendwie einen Speedpuff? Great job! Three switches to go! Well done! All the two switches left! Äh. Äh. Welchen Schalter hast du schon, Luna? Hast du schon einen? Äh. Okay. Ich hab' einen gezwitscht. Welche sind denn schon gezwitscht worden? Kennt ihr da unten? Ist schon. Alles klar. Das Geschenk hier oben ist noch da. Aber das andere Geschenk ist schon weg, diesmal. Was? 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 Okay, wir haben alle Geschenke und alle Schalter. Toll. Lebst du noch? Ja. Ich hab' nur... In dieses Loch da links wurde ich vorhin reingeboostet. Hi. Hi. Wurde dann vom Fall gekillt. Ja. Ja. Wie das sind 13 Leute gestorben. Ey. Wahnsinn. Okay, ich probiere es. Drei Leute nicht da. Doch gesagt, drei Leute. Alter, bei mir leckt's grad. Und zwar so richtig. Ich glaub, es leckt's grad. Wirklich am Server. Ja. 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 Da. Ja. Oh je, ich bin runtergefallen. Boah. Ja, Luna. Hi. Oh, puh. Ich bin gerade mit... Was? Wie zum Teufel geht das? Oh, fuck. Fuck, ich bin auch fast tot. Alter, fuck. Diese Lecks. Hauptsache, die ganzen Schneemänner folgen mir. Was? Ich bin auch fast tot. Alter, was ist... Was geht ab hier? Oh je. Kommt her. Süße Schneemänner. Leckt mich. Leckst du noch? Ja. Betonung liegt auf noch. Kommt doch nicht. Fuck. Schlagt den Golem wieder runter. Oh, ihr seid doch scheiße. Oh. Toll. Aua. Banometer. Ah ja. Kommt. Jetzt könnten wir es schaffen. Oh, Gott. Ja. Frage. Ja, mache ich auch. Keine Sorge. Oh nein. Es leckt. Es leckt. Es leckt. Ja, klar. Wie sollen das bitte? Wie sollen das bitte? Also auch gut. Holt die Geschenke, wenn ihr glaubt, an den Weg zu denen hingefunden zu haben. Ich finde es nicht schade, dass hier oben kein Checkpoint ist. Hupf. Ho. Das hatte ich auch mal einer. Da hat es einer regelmäßig geschafft, aber hat einfach dein Checkpoint nicht aktiviert. Ich bin gerade bei dir. Oh mein Gott. So weit war ich doch nie. So, macht man. Hallo. Umwerfend, dass es auch einen 3 Sekunden-Lag gab. Bis ich dieses Deppert der Geschenke anklicken konnte. Ah. 5. Jawohl. Wow, also 12 Minuten Zeit über. Und wir sind schon beim Endkampf. Das ist nicht schlecht. Vor allem, es sind 10 Spieler. Bin mal gespannt, wie es hier längen wird. Das kann man dann immer schön sehen. Alter. Was ist das? Kein Wunder, der Schatz. Was ist das? Ich will dich zu Weihnachten. Aber nicht nur deine authentischen Freunde können dich jetzt retten. Ich will dich jetzt wissen. Wer bist du? Es ist mir, der Pumpkin-Kling. Ha, 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 ha. Wir haben ihn das letzte Mal schon getötet, aber wir haben trotzdem verloren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, diesmal schaffen wir es aber, weil wir noch genug Leute sind. Oh je. Rot, 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 rot. Okay, TNT macht Schaden. Alles klar. Ha, ha, ha. Ja, ich habe auch geblockt. Ich wusste gar nicht, dass das so lange zum Zünden braucht. Oh, das war der Nächste, der tot ist? Aber wir schaffen es trotzdem. Also hoffe ich jetzt mal. Noch. Ihr müsst den auch töten, ne? Oh Gott, ein Lack. Jetzt haben wir ein Problem. Ja. Bei mir, bei mir brennt noch nicht mal was. Wo ist er denn? Nein, bei TNT. Geht nicht mehr. Der schafft das noch. Hoffe ich. Genau, bei dieser Situation bin ich das letzte Mal gestorben. Ich war der Letzte, der noch gelebt hat und dann ging ich in Flammen auf. Wie auch immer das funktioniert hat. Ja, weil wir beide gestorben sind. Ähm. Ja. Und jetzt? Weine Ahnung. Das war das Weihnachts-Special auf meinem Kanal, das zwei Wochen zu spät kam. Boah. Tschüss. Boah. 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 Sing from heaven above, heavenly hosts sing hallelujah, Christ the Savior is born, Christ the Savior is born. Christ the Savior is born.